Seid ihr herzlich willkommen! Was siehst du in der Kaffeetasse? Schreib bitte im Kommentar. Vielen lieben Dank! Was ich sehe, unten in der rechten Seite ist wie ein Bogen oder wie ein Pfeil und das kommt auf dich zu. Und das heißt, jemand nähert sich zu dir. Oder kommen Neuigkeiten, Eingebungen von außen, Einfluss von außen. Und in die Mitte sehe ich einen Blumenstrauß. Das könnte eine angenehme Überraschung sein oder ein Geschenk oder eine kreative Tätigkeit. Was siehst du in der Kaffeetasse? Schreib bitte im Kommentar. Vielen lieben Dank! Und ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe! Und ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute. Und ich wünsche dir alles Gute.